Ah ja, anlegen! Schnupp! Laufhemd krieg... Achso, der hat den Schlafring ja schon. Äh, nee, dann... Obwohl... Dann gib den den Ring mal an... Warte mal, hast du einen Ring? Du hast einen Ring? Du hast einen Ring? Dann hat er jetzt auch einen Ring. Und dann brauchen wir noch so ein... So ein Laufhemd möchte ich noch haben. Tickets, äh, ja, ich möchte sie einsetzen. Äh, schneller! Nee, Ringe haben wir schon, aber den Mond lasse ich mal stehen. Äh, okay, was machen die Sterne? Ah, blödes Herz. Na, Schuhe könnte ich noch mal probieren. Probieren. Nee, nix davon. Wow, okay, was ist das jetzt, der Super-Mega-Jackpot? Psy-Kristall. Ach, der Stern sind dann so Items, oder? Also so, so Heel-Items. Brrrr. Wie blöd. Ich mach das alles ein bisschen schneller. Hier mit der R-Taste kann man das quasi skippen. Nein, 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 schneller, schneller. Schuhe. Gucken, ob ich das hinkrieg mit den Schuhen, das wär schön. Möcht' ich mal gucken, ob's da was Sinnvolles gibt. Ach, na komm. Versuchen wir's mal so. Nein. Weiter, weiter. Wir haben noch Zeit. Naja, komm. Nehmen wir noch ein paar Jacken mit hier. Ah, toll. Jetzt kommt der Schuh. Jacke. Nein. Nein. Ja, ich will weiterspielen. Dup, 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 dup. Naja, Schuhe hier. Jetzt probieren wir's aber mal. Ach, komm, ein Schuh noch. Ein Schuh. Den krieg ich in. Nein. Komm schon. Nein. Und? Jackpot. Und, äh, gib mir Schuhe. Wirbelstiefel. Die Hermusstiefel quasi. 17 Tickets. Warte mal, nee, will ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt gucken, was ich hier noch... Was hätte ich denn hier noch? Psychischer Wirbel... Cool. 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 Moment. Oh, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind hier über die ganzen tollen Items. Das ist ja der Wahnsinn. Moment. Das macht 20 schneller. Das macht 30 schneller. Das macht... 18 schneller. Und das macht... Muss ich wohl dir geben. Ja, kriegst du. So, hat er was abgelegt jetzt? Nö. Das ist ja geil. Also Zusatzdinger. Mehr spielen. Ich will mehr Stiefel. Dup, 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 dup. Ah, passt ja perfekt hier. Mehr Stiefel. Nein. Das. Mehr Stiefel. Mehr Stiefel. Ein Mond. Ein Stiefel oder ein Mond. Komm schon. Nein. Ich will nochmal. Ein Mond. Okay. Das ist jetzt mal nicht zu verhindern gewesen hier. Das ist ja Wahnsinn. Laufhemd. Ja, genau. Das wollte ich doch nochmal. Schön. Naja, dann kann ich hier noch ein bisschen Schnelligkeit verteilen. Pass mal auf, ey. Pass mal auf. Geil. Ach, wofür tauschen. Ach nee, der hat zu viele Items gesehen. Oh, scheiße. Mein Inventar ist fast voll. Okay. Ähm. Moment. Das macht immer nur ein Verteidigung. Und hier macht das, äh, 14. Und hier macht das... 21. Und hier... Nee, das ist nicht so toll. Macht zwar schneller, aber Verteidigung runter. Und das finde ich doof. Alter, der wird so schnell, der Typ, ne? 165 hat er. 187 Schnelligkeit, ey. Das kann keiner toppen. Aber ich glaube, ich muss Garrett mal ein bisschen schneller machen, bevor wir hier die ganze Zeit, äh, irgendwelche Attacken kassieren. Und du gibst mal bitte... Was gibst du denn mal bitte ab? Du gibst mal bitte, äh... Mh... Heil... Kräuter. Gibst du mal bitte dem Garrett. Alle. So. Weiterspielen! Mehr Schuhe, mehr Jacken, alles. Duck, 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 duck. Naja, gut. Dann willst du wohl diesmal eine Jacke? Brauch ich eigentlich gar nicht mehr, oder? Oh. Ja, jetzt muss ich eigentlich die, äh, die Hermes-Götter-Rüstung bekommen dafür. Seidenhemd. Mh... Kann ich verkaufen. Hallo. Ja, ich möchte die Tickets einsetzen. Ich glaube, ich habe fast alles, was man hier so tolles kriegen kann. Oh ja, das sieht nach Schuhen aus. Schuhe. Komm schon. Nein. Komm schon. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Ein Schuh. Nein. Ja, ich muss weiterspielen. Ich habe ja noch gefühlte 5 Millionen Spieltickets. Die Chancen sind ja da. Ja. Das war richtig Spaß. Ein, ein was? Pelzstiefel? Pel... Wer hat der? Pelzstiefel. Okay, du bist mal wieder voll. Bis oben hin. Mit irgendwelchen Seidenhemden und so. So, nee, du hast die Pelzstiefel gekriegt. Heb Verteidigung und Schutz vor Wasser. Geben. Warte mal. Shit. Ich habe keinen Platz mehr. 100 sind 3, sind auch 3 und sind... Ach nee, der hat ja die Schnelligkeitsstiefel. Pass mal auf. Auf 148, 151, 162 kriegst du mal Duty. So. Und... Schutz vor Wasser sollte eigentlich Garrett kriegen, ne? Egal. 12 Tickets noch. Weiter spielen. Tag, 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 tag. Ich will noch mehr Schuhe. Denn es haben noch nicht alle Schuhe. Komm schon. Schuh. Yeah. Ich wusste nicht, dass der... Oh, Wirbelstiefel. Sehr gut, die wollte ich haben. Nein, ich will jetzt nicht. Ich will die Stiefel. Nein, ich will auch das nicht. So. Stiefel. Ähm. Stiefel? Stiefel. Geben. Eigentlich bräuchte ich die noch... Oh Gott, ich bräuchte sie noch zweimal dann. Okay, okay, okay. Moment. Das sind 18. Das sind... Habe ich das nicht eben schon mal geguckt? Alter. Das ist mehr. Das ist toll. Und das hier? Äh... Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ah, ich mach erstmal easy hier super, super schnell. Und super toll. Du kannst mal einen Heiltrank weggeben. Ja. Anlegen. Sehr gut. Und nochmal Stiefel. Stiefel. Ich hab ja noch... Okay, 11 Tickets noch. Könnte sogar knapp werden, wenn ich das echt konsequent jetzt hier mit Stiefeln durch... Zieh... Nein. Nein. Das. Nein. Das. Aber schön wär's natürlich. Na komm. Ne, das wird nix. Diesmal nicht. Schade. Weiterspielen! So, das da und das da. Ah, könnte noch was werden. Nee. Ich glaube, jetzt sind die Chancen... Oh, oh, sehr gut. Jetzt gib mir keine Pelzstiefel, bitte. Nein! Ach. Egal. Ich will noch weiterspielen. Ich will so Wirbelstiefel nochmal haben. Dup, 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 dup. Nein. Dup, 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 dup. Oh, gut. Zack, zack. Oh, sehr gut. Mond. Nein. Stiefel. Komm schon. Ach. Gibt's hier nicht. Ja, ich will weiterspielen. Ja, sehr gut. Dup. Yay. Und jetzt gib mir die fliegende Füße. Hyperstiefel. Nochmal andere. Moment, da will ich jetzt gucken, was die können. Was können die denn? Ich hab so viel Kram. Heb, Verteidigung... Ach nee, die hatte ich schon. Heb, Verteidigung und kritische Treffer. Cool. Okay, dann nehm ich die dann doch. Ich glaub, die nehm ich sogar für ihn. Heb, Verteidigung noch um 1 und kritische Treffer. Ähm. Das, äh, zah, 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 zah. Der ist eh schon so lang. Die ist jetzt... Er ist schneller als sie. Was geht denn da ab? Ich glaub, ich brauch noch ein paar schnelle Füße für... Für sie. Pass mal auf, du kriegst jetzt... Du behältst erstmal die Dinge. So. Hast so ein bisschen mehr kritische Treffer. Und dann versuch ich jetzt nochmal... Ich will nochmal diese Hermes-Boots da kriegen. Und die kriegt dann Mia. Ist nämlich so langsam geworden jetzt mittlerweile. Weil die anderen irgendwie alle so super tolle Sachen haben. Nein. Ach doch, doch. Da, 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 da. Das wird aber diesmal wohl nichts. Nein. Nein. Nein, das war nix. Nochmal. Man kann's ja nochmal probieren. Oh, sehr gut. Schön, wenn's schon so anfängt. Oh ja. Das da. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich will doch nur noch ein paar Stiefel haben. Nein. Und wenn euch jetzt einfällt, in die Kommentare zu schreiben. Ja, aber die und die Items sind viel besser als die Stiefel. Denn lasst mich damit in Ruhe. Ich find die Stiefel toll. Die machen schnell. Oh, äh, ein Psy-Kristall. Ein LX hier. Oh, wie toll. Ich möchte eine Stiefel. Ich hab nur noch vier Spiele, also ihr habt's gleich geschafft. So, na, komm schon. Ja. Komm schon. Stiefel. Mehr Stiefel. Nein. Mehr Stiefel. Na, schade. So, ein Pech. Ja, ich will weiterspielen. Und drei noch. La, 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 la. Äh, langsam wird's doch langweilig, aber irgendwie... Na, sehr gut. Sehr gut. Ich gratuliere. Kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz was machen. Also, ich muss mir mal kurz die Nase schnauben. Pelz... Oh, ich will keine Pelzstiefel. Ja, ja, ja. Zwei Tickets noch. Na, die können wir jetzt auch noch verböllern. Ach, Mist. Jetzt muss ich ja auch noch Glück haben, dass ich dann die richtigen Stiefel kriege. Hab ich vorher gar nicht dran gedacht. Zack, zack. Ne, ne Jacke will ich nicht. Nein, ich bin wieder so ein Mist. Nein, ich will keinen Ticket. Gib mir die Stiefel. Einmal noch. Eine Chance. So. Starten. Zack, 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 zack. Komm, gib mir die Stiefel. Bitte. 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 Komm schon. Zack, zack, zack. Ah. Das könnte eng werden. Nein, das wird, glaube ich, nix. Nein. 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 Schade. Naja. Dann teilen wir mal die restlichen Pelzstiefel auf, die wir so haben. Äh, Pelzstiefel. Geben. Wer kriegt die denn? Niemand. Niemand. Naja. Egal. Schnell raus und den Rest verkaufen. Ah, und den Gin, den hole ich mir dann gleich. Das war jetzt echt eine Mörderfolge. Wirklich die ganze Zeit nur gezackt hier. Sehr schrecklich. War hier nicht das Handelshaus? Ah, nee, da unten ist das Handelshaus. Jopp. Aber jetzt haben wir wirklich alles verspielt. Die ganzen Glücksmedaillen, die ganzen Tickets. Wahnsinn. Hallo. Verkaufen. Ich verkaufe eine ganze Menge. Ich verkaufe das. Ich verkaufe das. Ähm. Ich verkaufe die beiden. So. Dann hat er wieder ein bisschen Platz. Dann habe ich hier noch das da. 900 Münzen. Ist ja gar nicht mal viel. Dafür, dass die so cool sind. Also, ich finde das super, dass man die zusätzlich tragen kann. So, ey. Jetzt habe ich ja Bock zu kämpfen irgendwie. Ganzen neuen Ausrüstungsgegenständen und so. Ich hole mir erstmal einen Gin. Oder hole ich mir jetzt den Gin? Ja, ich hole mir den Gin. Jetzt muss ich hier mal Gin Hopping betreiben. Dann Garret Wachstum. Dann Gin Hopping zurück. Und hinauf. Und dann kann ja... Wer kann denn? Du kannst auch Frost, ne? Ja. Blüpp, 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 blüpp. Ach, wer hätte das gedacht? Mann, habe ich tolle Items. Jetzt bin ich ja fröhlich. Es dürfte eigentlich nichts ein großartiges Problem werden hier. Obwohl, wann ist denn Kolos... Was ist denn mit Kolosso hier? Hallo, du Ginny! Ach, ist das schön. Oh, machen die so einen Krach. Glut folgt Geralt. Was kann denn Glut? Füllt Psynergie auf. Hm, cool. Gar nicht so schlecht. Hebt Team-Attacke, triebt die sich nach. So. Ja, cool. Kann man ein bisschen mit Gins rumoxen demnächst. Jetzt hat ja schon jeder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow. Aber mir, da fehlt noch einer und den holen wir uns gleich. Ach, nee. Wo gibt's den? Ich glaub, den gibt's auf der Map. Was ist das denn? Hallo. Gasthöfen sind voll. Dieser Torbogen hält den Regen ab. Also, gut, okay. Eingang zum Kolosseum. Genau, wir können ja mal zum Kolosso gehen. Oh. Hi. Hi. Gerade eben führen die Ausscheidungskämpfe statt. Die Gewinner dürfen am Finale teilnehmen. Da ist wohl kein Reinkommen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir da mal wieder eine extra Wurst bekommen. Aber später dazu mehr. Hi. Hey. Habt ihr jemanden gesehen, der so aussieht? Nein. Wo ist Barbie? Er scheint nicht hier zu sein. Lasst uns woanders suchen. Das war Barbie, der Lord dieser Stadt von Tolby. Ups. Wollte ich nicht. Und den gilt es jetzt natürlich wie immer zu retten. Was war das da? Das ist der Hafen. Okay, wir wollen jetzt erstmal einen Gin angeln. Oh, guck mal her. Guck mal her. Schnetzel und Schnetzel und Schnetzel. Guck mal, Garretts Keule da. Buft und buft. Und ich meine mich zu erinnern, dass Mia den Endstab hat. Wie? Warum nimmt die keinen Schaden? Mia hat, glaube ich, schon den besten Stab, den sie haben kann. Die nimmt ja echt keinen Schaden. Tja, geht ja gar nicht hier. So, wo gab's denn den Gin? Warte mal ab. Da gibt's einmal... So, hier so, glaube ich. Ja, ich glaube hier. Nein. Naja, komm. Ich hätte vielleicht nochmal im Gasthof übernachten sollen. Aber ich glaube, hierfür reicht's jetzt. So, war das hier? Da ist irgendwo so ein fetter Wald nämlich. Ja, hier war das. Naja, ähm... Bufts, 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 bufts. Bäm! Alter Schwede. Finde ich ja super, muss ich sagen. Oh, das war jetzt falsch. Aber auch nicht. Oh, ja. Also die, ja, Beschwörung und so, ja, schon okay. Also... Na, wo ist er? Da ist er ja. Sehr gut. Ähm, können wir eigentlich so machen fast schon. Ey, wir haben schon so gute Waffen jetzt. Bäm! Also das tut schon weh. Aua, aua, aua. Ja, das tut auch weh. Boom! Das ist ja der Hammer. Wir brauchen keine Psynergie mehr in diesem Spiel, glaube ich. Und wir sind so super schnell, der kommt gar nicht zum Angreifen. Guck mal, der ist schon... Oh, ist schon fertig. Das ging fix. Also, ich bin begeistert. Absolutely. Pin folgt mir. Und, äh, Pin kann was? Senkt gegnerische Abwehr durch Frost. Naja, dann verbünde doch mal. Den kannst du gleich ein bisschen mehr mir. Und du kannst gleich mal bitte so machen. Ja, super. Okay, und jetzt gibt es noch... Wir haben schon einen Djinn gesehen, wer sich noch erinnert. Und zwar einen Erd-Djinn. Den wir uns jetzt natürlich noch holen. Ich liebe diese Klinge, die ist ja super. Ist ja echt cool. Und die sind so schnell... Guck mal, die kommen echt nicht zum Angreifen, die Typen. Ist ja cool. Okay, wir können jetzt nämlich... Da oben müssen wir, glaube ich... Ja, da müssen wir hin. Da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Denn wir werden hier von lauter wilden Monstern aufgehalten. Und die uns natürlich auch überhaupt nicht nerven. Aber wir haben ja Kohle-Waffen. Und diese geile Klinge, die die Ivanda hat, die rockt ja mal völlig. Die funktioniert ja immer. Also irgendwie... Okay, nicht immer, aber oft. Die sind so lahmarschig. Guck, schon wieder. Cool. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ja, bin ich. Hallo. Guck mal den da, könnt ihr euch erinnern? Und diese ewige Schiffsreise hätten wir uns sparen können, wenn hier der Weg frei gewesen wäre. Dann hätten wir kurz laufen können, wären wir da gewesen. Strato. Was kann Strato? Alter, sieben Dschins. Hält einen Gegner durch Gravitation. Ich glaube, das ist so eine Art Lähmung. Schöne Sache. Mann, Mann, Mann. Wir sind auch sehr weit fortgeschritten schon in diesem Spiel. Ich glaube, es gibt nur noch... Ne, ich will nicht spoilern. Aber ich meine, es gibt nur noch ein Leuchtturm. Ne, ich will nicht spoilern, dann sage ich es doch, Mann. Ich bin auch wieder... ... sehr intelligent heute. In den Kämpfen gibt es natürlich immer nicht viel Spannendes, aber ich mach's einfach mal. Ich hab Kristallstaub gefunden, wo auch immer... Wofür auch immer Kristallstaub gut ist. Verursacht Schaden durch Eis. Nein, dann gib das mal Garrett, der kann damit am ehesten was anfangen. Äh, ist das die Höhle von Admilla? Ja, ist es. Und, oh Gott, ich nehm schon wieder eine Dreiviertelstunde auf. Ja, ja. Oh je, es wird dunkel. Es wird dunkel. Ah, oh Gott, ich war... Das war die Sache mit den Fackeln. Hm, ihr werdet es gleich sehen. Du schon wieder. Dich hatten wir doch jetzt schon dreimal. Und deine Kumpels und alle. Oh je, ich erinnere mich. Ich mag diese Höhle. Ne, das war nicht die. War das die? Äh, Moment. Ja, so ging das. Höllenhund. Du bist neu. Schön. Lebensegel ist auch ne tolle Sache. Okay, äh, lass mich raten. Hallo, ich bin ein Mimik. Oh, ich wusste es doch. Alles, was so offensichtlich rumsteht, kann ja nur ein Mimik sein. Ah, zwei Seiten Chins. Das ist toll. Ist mir aber egal. Ja, 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 mach doch. Mach doch. Aua, aua. Wie, jetzt mit Taktik und so? Bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet? Bin ich jetzt echt nicht drauf vorbereitet? Ähm. 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 Ach. Was soll's. So. Bäm. Macht auch nicht viel mehr Schaden. Na wehe. Dankeschön. Da hätte ich jetzt Bock gehabt auf ne Verfluchung. Also. Warum hab ich jetzt so viel KP bekommen? Ich hab irgendwie 106 bekommen. Eigentlich heilt das doch nur 80. Oh ja. Ist mir auch egal. So. Jetzt stirb endlich. Stirb. Gisch. Danke. Level up. Es lohnt sich immer, ein Mimik zu bekämpfen. Spätestens fürs Level up lohnt sich's. So, mach mal den da. Und wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Gins verbraucht? Nö. Hier, Lebenswasser. Brrrr. Braucht kein Mensch. Dann war das natürlich auch der falsche Weg. Ja. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier lang muss. Moment. Hallo, Sackgasse. Ohlem. Lauter neue Viecher hier. Und tschüss. Ja, die sind natürlich super ultra schwer. Also ich muss mir... Oh, hi. Ja, ihr könnt mich sehen. Da ist ja jemand. Umhüllt von synergetischem Licht. Wer kann das sein? Ihr wisst über Psynergie Bescheid und ihr könnt mich sehen? Ich kann überhaupt noch keine Stimme für den. Kommen Sie schon. Verstecken Sie sich nicht. Zeigen Sie sich. Selbst wenn ich das wollte, wie ihr sehen könnt, kann ich mich nicht rühren. Was meinen Sie mit, wie ihr sehen könnt? Sie sind unsichtbar. Oh, genau. Stimmt, ja. Sie sagten, sie können sich nicht rühren. Was ist geschehen? Ja, mir ist mein Trank ausgegangen und ich bin hier zusammengebrochen. Trank? Was genau soll das für ein Trank sein? Ihr würdet es nicht einmal ansatzweise verstehen. Wenn ich es euch erkläre... Ich sterbe. Röchel. Ich heine große Schmerzen zu erleiden. Hängt denn ihr Leben von diesem Trank ab. So ist es. Würdet ihr mir einen Gefallen tun und plötzlich geht es mir wieder gut. Hey. Ein Gefallen wäre. Ich möchte gerne, dass ihr meinen Trank für mich holt. Schnell. Holen? Wo ist er? Tief in dieser Höhe. Wer hätte das gedacht? Ist... ... Entschuldigung. Ist da eine Apotheke? Oh mein Gott. Ich bin schon... Entschuldigung. Was sind wir heute wieder witzig? Ich werde euch erklären müssen, wie ihr ihn finden könnt. Könnt ihr das erledigen? Ja, klar. Machst du Witze, Isi? Wir wissen nicht mal, wie der Kerl aussieht. Er sagte, er könne sich nicht bewegen, selbst wenn er es wollte. Niemand befindet sich in Ohn. Jemand befindet sich in Ohn. Es ist doch ganz klar, dass man ihm helfen will. Ich stimme Ivan zu und ich will die Apotheke sehen, wer immer er auch sein mag. Er braucht Hilfe. Das ist doch eine Apotheke. Fein, okay. Wir sollten Menschen in Not helfen. Ist das besser? Werdet ihr ihn für mich holen, bevor ich eines grausamen Tors? Was müssen wir tun, um an den Drang zu kommen? Zuerst müsst ihr ins Herz dieser Höhle vordringen. Ihr werdet fünf Felsen finden, die aus dem Boden heraus ragen. Dreht die Felsen auf der linken und der rechten Seite. Okay. Wenn ihr die Felsen in der richtigen Reihenfolge dreht, erscheinen fünf bunter Lichter. Was? Bunter Lichter? Das klingt ja schwachsinnig. Ist aber so. Lichter werden an der Wand erscheinen. Okay. Es werden fünf Farben sein. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Dreht die fünf Felsen passend zu der Farbe des obersten Lichtes. Alles klar. Wir drehen die Felsen, die zu der Farbe des Lichtes passen. Das blaue Licht passt zum Felsen ganz links. Passende Farben sind zu den anderen Felsen, sind von links nach rechts grün, weiß, gelb und rot. Wenn ihr das Licht seht, dreht ihr den entsprechenden Felsen. Also sind die Farben von links nach rechts. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Genau, wenn ihr das richtig hinkriegt. Oh, scheiße, ich habe Ivan falsch gelesen. Entschuldigung. Wird sich eine versteckte Tür öffnen? Eine Tür in den tiefsten Tiefen dieser Höhle? Wer hat sie da eingebaut? Der Apotheker. Eine alte Zivilisation, die schon links entschwunden hat. Bitte beeilt euch. Er scheint wirklich große Schmerzen zu haben. Wir sollten diese Höhle besser schnell finden. Wir sind schon in der Höhle. Wir müssen nur die Tür finden. Okay, äh. Oh, Tusch. Der Trank steht auf einem Tisch hinter der Tür. Okay. Äh, okay. Ah, überlegen, 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 überlegen. Äh, ich gehe... Da geht's nicht lang. Hm, verdammt. Ach, komm. Ich mag die Klinge. Aua. Sei doch nicht so grob. Gibt's ja nicht. Äh, ich gehe da lang. Hallo? 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 Äh, brrrr. Äh, ich mag euch nicht. Äh, ich gehe erst mal mit allen auf den Golem und dann gehe ich mit allem auf den anderen. Ich mag die Klinge. Nee, die ist toll. Die ist wirklich super. Ultraschall. Ja, ja, mach doch. Ist mir Wurst. Aua. Ist mir nicht ganz so Wurst, aber... so, so, so. Tut es das dann? Ja, das soll es tun. Fehlte da nicht einer? Wann das nicht... Achso, der ist schneller als Mia. Ah, Mia ist ja jetzt der lahm Arsch der Truppe hier. Ja, das wird jetzt zunehmend langweilig, wenn man so ohne Psynergie kämpft. Aber muss man ja auch nicht. Also, mit Psynergie kämpfen. Ein Flash hier. Und dafür bin ich jetzt hier lang gelatscht. Na. Hab jetzt auf irgendwie ein cooles Schwert... Wie heißt denn das Schwert? Das gibt's in super... Ach nee, falsch. Äh. Wicht. So siehst du auch aus. So, so. Der ist bestimmt wieder schneller als, äh, Mia. Nee. Wahnsinn. Faul, Blut. Blut. Kotz dich doch selber an. Ist ja eklig. Niederlich. Tschüss. Oh, Level 19. Mann, wir sind ja... Was, Level 19? Tatsächlich. Wahnsinn. Gar nicht so schlecht. So, schnellster Weg. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Ja, ja. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Schneller. Dankeschön. So, Izzy, du kannst dich mal bitte... Ach, er kann jetzt Phönix. Das ist ja geil. Belebt einen besiegten Freund. Ja, dann brauchen wir Lebenswasser erst recht nicht mehr. Nein! Verdammt. Hier geht's rum. Okay. Ich glaub, wir brauchen mal eine Psynergie. Und wir haben ja auch nicht viel oder so, also... Und wir brauchen sie auch gar nicht übertreiben, weil eigentlich gehen die ja bestimmt schnell tot. Didisch, didisch, didisch. Ja, und wir können auch keine vielen... Aua, 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 aua. Wir können auch keine vielen Psynergien oder so, weil wir jetzt nicht viele Dschins haben. Also, gar nicht. Stirb, stirb. Danke. Und, äh, mir... Macht mal bitte wieder den. Ja, ist okay. Geht's hier jetzt lang? Nein, doch. Sehr gut. Hallo. Äh, es ist lichtarm. Das verwundert mich. Boah, geht mir doch auf die Nerven. Ich will jetzt nicht immer so eine... Super-Psynergien hier verwenden. Oh, drei Stück. Kann ich hier wegrennen? Nee, natürlich nicht. Ja, ja, mach doch. Ja, ja, lass mich. Tschüss. Ja, ja, ich will jetzt nicht mehr so ein bisschen 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 mehr